Nord-Osten von Mill kommen welche reingelaufen über die Straße Laufen jetzt zur Hauptstraße direkt Liegen bei den Zäunen Oh, der Panther rechts, Panther rechts von Mill Geht ziemlich nah rechts, der kommt dort Der Vendree kommt vom Norden rein Wir sind da da, Junge Warte, du brauchst Reparatur, ne? Ah ne, es ist 15 Steht ziemlich nahe, ziemlich mittig rechts Ich kann den leider Ich kann den leider nicht markieren, ich hab keinen Luftwehr Verdammt Opa, Alter Sag dir mal dem hungrigen Keks, dass unter ihnen auf der Straße einer liegt Flagge ist drauf Naja Oh, wenn die Flanken sind gemein Die kehrt mir immer noch Das sind mehr als drei Sind die? Lagerhalle? Waren wo drin? Hinten, die sind hinten bei der querstehenden Lagerhalle, Rock Ja, die cappen Bei unserem Rallys, äh, wir sind gleich in der Nähe Oh Geht's noch runter in die Flagge Geht's noch runter in die Flagge? Das ist ein scheiß Tantanesser Hinter mir ist noch ein Jagdpanzer, das ist direkt bei mir in der Nähe Oh, ich hab's heut schon versucht, aber ich wurde von der eigenen Art wieder geschossen Hm Geh ich nicht mehr hin Ja, da sind wir hier direkt In der östlichen Halle beim Rallye 4 sind noch Gegner Ja, kannst du eigentlich versuchern, sie sparten Fluss auch noch einer Kann ich grad mal kurz die Glasse wechseln? Ja, 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 Logo Gut, danke Weil mit halben Autos Verdammt Rallypunkt geht ein bisschen da östlich Ja Sus Riesenfeind, Herr Rallypunkt Da war, da war grad hinten, die südlich von uns Auf der anderen Seite Fluss Deck Auf der anderen Seite Nein, Herr Rally, kaputt Wo ist der scheiß Panzer? Ich hör den Ich hör nur noch einen Brautnerg Jagdpanzer ist da noch Ja, soll kommen Ah, du bist das Geh mal raus Ah, klar, dass wir nicht das In der nächsten Reuchte stirbt bitte mal am Rallypunkt spawnen, dann erneuern wir den grad wieder Äh, KZ, KZ, Exo direkt Rock, kannst du am Rallypunkt spawnen? Panther nördlich Ja Danke Loll Loll Hup Ja, da ist Infantrie in Link In der Lagerhalle Oh, Panther, der kommt ruck, der kommt ruck Der kommt ruck, der kommt ruck Der kommt ruck, der kommt ruck Der kommt nördlich, der kommt nördlich Von rechts Hier von Angriffsmager Jonas, geh nach rechts Äh, ich muss Habt ihr den in der Lagerhalle? Ja, sehr gut Ja Machen das gut, die pushen kurz vor, Balladrobo fahren wieder sofort zurück So, aber es cappt hier halt nicht die Flagge Nö, aber die Ach, KZ KZ, kommen aus dem Norden wieder Und die A2 ist auch Infantrie dabei Nicht gut, dass die sich hier so drauf fokussieren, auf die Flagge Naja, das muss ich sehen Boah, Panther ist jetzt rechts, Nord-West-Dich von Compound Kann hier jemand spotten für Bates? Vielleicht ist das ein Smart Ja, steht irgendwo Nord-West-Dich hier Das ist groß Geht nicht Da, jetzt spotten Ja, der schaut in meine Richtung Also ich hab in die Richtung Dann Der ist links von dir, Bälse Der schaut aber in die Richtung, pass auf Der kommt vor, der kommt vor Oh ja Ja, der hat verschossen Hast du deine Chance? Ja Oh Mann Jetzt wo schon Bälse hier Und Zander, du bist gerade am Rally-Bugsmall Ja, mach dich Ich würde den von dir kommen, Panzer Ich würde da jetzt nicht vorfaschen, wenn wir sich das Tiger und irgendein anderer Panzer nehmen Ja Am besten Warst du wohin? Boah Ein auf einmal Oha Noch nie geschafft Danke Jo Der ist hinterm Haus, Bälse Nötig von dir Okay, ja Nee, den Ey, ich stehe mit zwei Panzern am Spawn Ja, ja, dürfen die Leder halt uns langsam angreifen Ich hab jeden Tag gefragt, die kranken Aber die stehen am jeden Spawn Und jedem Spawn steht hier ein Panzer Naja Boah, jetzt hab ich noch einen Jagdpanzer Leg mich noch am Arsch Vier Panzer bei mir Vier Panzer Oh, sorry Alter, das eigene Engel hat der Scheiß Tut mir leid Los Aber wir haben jetzt ganz viele, ganz viele Fahne Ja, 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 ja Oh, wir haben jetzt auch noch Jetzt kommt ein Panzer Tiger, Panzer 4, Panzer 4 und Guttpanzer Wir sind wie in den Oberflachen Aber in die Plankenzone rein Plankenzone, Plankenzone Sind da welche? Ich cap me immer noch Ich möchte mit dem Panzer fahren Darf ich das? Hacke Sehr gut, Leute Also das Infanter Ich hab einen Panzer Auf unserer Seite Ja, ich hab einen Panzer Aber ich hab ihn vorhin gehört Ja, ich schieße Aber ich bin vielleicht doch auf der anderen Seite Das ist... Das ist... Ne, ne. Boomer. Ich weiß nicht. Fahrzeug bei uns? Ja, aber auch. Der ist bei mir. Bei Gokos mit ihm. Ich. Irgendwo ein Fahrzeug hast du das auch? Nee. 9M8 hab ich. Und dann SDKVZ. SDKVZ. Spotted. Seht ihr die Wälze parallel? Es bleibt nur ein Mann drin zu sitzen. Okay, warte. Macht gut, Wälze! Oh, jetzt hat er nicht mehr. Da ist noch einer. Da lädt noch einer. Direkt vor dem SDKVZ. Verdammt, der ist einer drin. In der Nähe. Es waren zwei noch. Ja. Achtung mit dem Absteck. Ja, voll. Ich bin dran. Ich bin dran. Wo kam der? Hier, wo ich mit der Tatte her. Ja, ich bin ja direkt bei dir. Aber... Ich gehe in die Richtung. Fälze vor dir links. 2 Grad nach links. Genau. Perfekt. Mr. Post, da ist da auch noch Fälze. Rallye. Ja, okay. Ich habe es gesehen. Ich gehe mal da in die Richtung. Schauen wir mal. Kannst du mal bitte den Bewegungsmacher auf den Rallye setzen? Der hätte ich weg. Also weg. Über B in der Nähe. Ich habe aber gerade einen Schritt über B aufgehört. Puma kommt rein. Aus Westen. Ja, aus Osten. Die Straße hoch. Ist da der Puma. Ach komm, ich habe den Pfeil die Rallye gefunden. Kann ich hier hin? Ja, der Kling lebt noch. Okay, ist klar. Ja. Alan King ist tot und fällt. Ja, bloß eigentlich eben. Puma steht bei uns. Ist auf der Straße, ne? Gerdl, soll ich zu dir gucken? Wegen neuen Rassen, ne? Vorsicht. Ey, Bank ist jetzt einer. Da gerade gerade eine rein. Robust, man. Robust. Gibt es hier irgendwelche... Tickets? Ach mal. Ja, vorne. Vorne in den Bunker. In den unten. Jonas, wenn du runter gehst, da ist doch nochmal so ein vorgelagerter Bunker. Rechts von dir, Jonas. Da liegt... Also rechts ist vermied, wie gesagt. Der darf sich da das Dings wechseln, weil mit dem Sportex liegt, damit der keine Chance hat. Abfangen. Heißt die, jawoll. Da ist eine Kanade rüber. Ach, shit. Shit. Da ist noch jemand. Die Karte ist echt kleiner als sonst, gell. Sehr gut. Ja. Pass auf, die gehen auf Mill. Die gehen, glaub ich, direkt auf Mill. Wollen wir dann zurück auf Mill fallen, Hörgy. Ne, ne. Bessel, du kannst den Panther gleich abfangen bei Wertmarker. Und jetzt... Chancen. Okay. Ja, die die Tods in den Sportbattle. Schon weg. Rallye. Mach's von. Mach's hoch. Weint noch mit mir. Oh, ich hab einen Set von der Jahr. Der ist noch geht auf der Karte. Pelzi. Feuer frei. Johanna, aussetzt deine Chancen. Der Tiger ist nördlich von Outpost. Der Königstiger. Drei, Prinzei. Ha, noch einer. Belzin, kratzt auch noch, aber hinten habe ich gegen den Tiger. Wie ist so das? Der Militier ist auf Mill. Flagge ist halt. Die Flagge geht runter. Ja, geht auf Mill. Seid ihr bei Mill oder was? Ja, aber wir verteidigen beides. Spawn beim Mill wenn ihr Tod seid. Ja, fahrende Zeitung geht wieder hoch. Boah. 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 Ich habe einen Panzer 4 oder einen Hetzer Ja, Panzer 4 ist direkt bei Stor 3, Achtung! Ja, da ist der Panzer, ich habe nichts vorgelegt Dann, ich sehe nichts Guck auf die Karte Komm, direkt ab sich zugefahren, direkt ab sich zugefahren Hey, wir können ja direkt spawnen, wenn ich... Wir, wenn ich's nicht mehr schaffen sollte Wir, wenn ich's nicht mehr schaffen sollte Ich, ich hab's nicht mehr Ich hab eins Ja, danke, du hast mir in den Arsch gerät Ja, ja, ja Was ist das denn? Was ist das denn? Achtung, Leere, ein Schiff bei Marker Schön ist Rallye ist platt Ja, ach, alles gut, ich hab eh nichts mehr gesehen Oh, Outlaw Leck mich am Arsch Unser Rallye-Punkt ist notiert gewesen, ganz kurz Ja Der Infanter ist da Kül lang, ja Kül ist da Ja Aber Panther ist noch nicht dauer, oder? Doch! Wir sind jetzt in der Rallye-Punkt State Ähm, die kommen wieder hinten rein Da, wo ich bin, also ich drehe mich mal Genau nördlich von mir ist der Panther Die haben unsere Rallye-Punkten entdeckt Die liegt in der Schleiche Naja, komm mal bitte zu mir, drehen wir Wir legen immer ganz komfort an das hier Ich bin bei dir Danke Flagge geht runter, schon wieder Flaggenzone, Gegner in der Panther bei mir Also der Panther-Panzer ist immer noch ein Mörder-Typ Aber ich kann nicht nichts sehen von dir Nein, ich dachte nur, dass du schon mal gehört hast Beide In der Ecke bei der Flagge ist einer hinter den Ochsen In den Holzkisten Bredigt Von Norden her kommen ein paar rein Oh ja Anton-Kanade Alter Flamme, neher geschossen Oh, der erwischt ist ja die Hauptsache Ja, immer so ein Feuer echt Das nervt Chris Das nervt Chris Panther nördlich Kommt jetzt rein Ähm, ist dort wo die Kack eigentlich immer auftaucht Ah Nord-Nord-Nord-Osten Fahne geht runter Auf Jep 2 3 2 Oh Immer noch in der Ecke mit dem Holzkisten Klommwerfer ist wieder drin Aus Ost-Nordwesten kommt der rein Da wo der Panther steht Ist auch ein Klommwerfer Ach, das gibt's doch nicht Hinten an der Mauer Hinten an der Mauer die grünen Affen Das ist echt ein Hin und Her Ja Immer noch da bei der Kiste da in der Ecke Hinten an der Ecke mit dem Ja 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 Ah, hat eine Flammenwerfer Das ist wieder eins Wo ist denn die Munitionskiste hier? Munitionskiste ist der mittlere Truck Ah Ah Ah, ich sehe es, ja Warte, ich habe mich Warte, ich habe mich Warte, ich habe mich Warte, ich habe mich Ja, der Panther ist wieder da Oh, sehr Ja, brakiert War die Stücke dran Hat er es los? Ja, klar Ja, das ist echt gut Das ist echt gut Ich erlich bestimmt Ich habe gerade ein Bunker Verloren Willst du gegen Angriff starten, Bunker? Ja Vom Ringen in die Bule Scheiße, Puma Mist Ja Fickt er in die Luft? Ja Jawoll, sehr gut Ah, ich bleib Unter dem Truppentransporter Direkt unter den Truppentransporter Da beim Bunker ist auch noch Ah Ja, beim Mil dann Er liegt immer noch unter dem Truppentransporter Der graust Wird Mil gerade angegriffen bei ihm Alter, was ist denn mit dem Sporkhaus? Schlag in den Sporkhaus Puma, wir haben Puma bei, ähm, Mil Wir haben Puma bei Mil Hush, hush Sau Sorry Okay Aus dem, der wir uns gewähnt haben Ich häng ihn gerade hoch Der gab's noch gut Das wäre als erstes Jahr lang Alles klar, dann Ja Jachtpanzer Fälzer wird auf die Vernehmung Panzer hier rum Das ist jetzt erst halt im Handel Oder auf so Wurde jetzt kaputt Das war doch Das war doch Das war doch Abanschung Ja, wir laufen in der Nacht. Unser Rechen bleibt dort, der ist gepasst. Ich glaube, ich habe den erwischt, der ist lang gelaufen. Ja, da kommen sehr viele Infanteristen aus der Richtung. Das ist eine Pumaka, ja. Ich muss immer wiederholen. Das war's. Willst du nur nicht fahren? Weiß ich nicht. Wir sollen auf dem Krasse runtergehen, mit Rennepunkt nicht rein. Ja. Ich laufe verrast und mach das mit. Ja, bei Zewa, in meiner Richtung. Die Gästen gibt es gerade hier bei mir. Es gibt nicht von 1. Dann sind wir wieder von hier. Problem ist, Beute in der Faktzone. Wir machen die in der Faktzone. Ich glaube, es liegt mit Rennepunkt nicht. Ein Outpost wird noch ordentlich, wo man da zu töten ist. Also, ich könnte... Es sind viele Gegner von der Schreiner. Osten ist ein gespotteter Kübel. Äh, im Westen, Entschuldigung. Bei Mill. Der will irgendwas umfahren. Keine Ahnung. Ja, gute Frage, was er da umfahren will. Der will nach Outpost rein. Ja, wahrscheinlich, ja. Ne, ne. Ich hab's noch gesehen. Bevor ich bin in der Faktzone. Äh, passt auf. Der Westen wird auch abgesichert von dem. Ja, die kommen jetzt Richtung Outpost. Ich hab Franz Kugel erwischt. Achtung, die sind direkt in der Fahne drin. Wir sind zu uns zurück... In Outpost. Oh. Aaaaah, Carste. Ich bin seit dem Westen. Okay, es wurde bei Carste rein. Und ich hab's dann ähm, Kriege hin und noch an äh, Affälle für Carste, okay? Okay, also der Rest bleibt noch Outpost und dann ist das Geschwörter geworden. Ja, aber ich meine, ich kann nicht, ich kann nicht an gut vor Ort und Gleichzeitig sein. Nein, vor allem, das ist eine ewige Distanz. Wir können an einer Stelle den Rallye haben. Das erwarten wir. Ich glaube, man bleibt einfach bei Outpost, wenn ich die Rallye an der Rallye vermehren kann. Weil es ist nicht wieder zum Klappern. Oh. Die müssen bei Village aufpassen. Das ist ein Fahrzeug, was ich noch höre.